Moin Leute und willkommen zu seiner weiteren Folge Dark Souls 2 Diesen Schlüssel bzw. die Tür hier, die kriege ich immer noch nicht auf Das heißt, ich werde jetzt mal hier drüber gehen, denn hier war ich ja tatsächlich noch gar nicht Vielleicht ist der Schlüssel ja hier, oh hier sind ja sogar noch Gegner, die ich noch nicht besiegt habe Okay, den haben wir Ah, sind schon ein paar viele Gegner hier, oder? Ach, da ist er Ah, ich vertraue der Sache dann nicht Da ist ein Felsvorsprung links, den ich nicht einsehen kann War doch klar, oder? Das geht schon noch unnötig schaden, ey Brücke Ich gucke mir das jetzt mal an Also hier, das Gebiet scheint doch etwas größer zu sein, als ich dachte Oh ne, 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 ne Ne, bitte mach nicht Man, aber gut schaden Die Gnadenlose Wie heißt die? Genug Turung ist auf meiner Seite Da ist ein Schlüssel Ah, sieht schon cool aus, oder? Im Prinzip Futter für ein Thumbnail Wenn dieses blöde Ding hier nicht wäre Springen, aufgeben So Äh, Kamera Und Thumbnail drucken Äh Thumbnail-Taste drücken, nicht Thumbnail drucken So Ich habe mich meiner Vorahnung doch nicht getrübt, dass ich hier doch was kriege So, dann können wir hier ja rein Für den Borg Mhm, noch ein Mirra Kann ich doch von Paid reden, oder? Er hat die erste Chance gehabt, die er hatte Für mich zu versuchen Ich habe mich entschieden, um einen Schraub für ihn hier Aber dann habe ich mich selbst Ich kann nicht glauben, dass ich so stark war Ich glaube, dass die Stars, die du kamst Gerne Du bist sehr vorsichtig von ihm Pint Ich denke, er sagte Aber ich habe ihn schon getötet Aber ich habe ihn schon getötet Allgerte Schwätzer kenne ich auch Aber ich habe ihn doch schon getötet Also, verstehe ich jetzt nicht Soll ich den Ring mal anlegen, Mord? Den habe ich ja schon an, den Ring von... Ne Was hatte der für einen Ring an? Keine Ahnung mehr Ich weiß nicht, wird der sauer, wenn... Egal, wir entzünden erstmal das Leuchtfeuer Und reisen nach Majula Auch wenn die Gegner gleich wieder da sein sollten Beziehungsweise werden sie sowieso sein Aber, ähm... Ist mir einfach in der Hinsicht wichtig, dass, äh... Wie soll ich sagen? Einfach noch was mit meinem Geld hier anfangen kann Erstmal leveln Genau, und Estos-Scherbe natürlich weg... äh... Abgeben Je mehr Estos, desto besser So, level up So, kann ich hier Verbrennen Edler Knochenstaub Und ich kann mir noch ein paar Pfeile holen Und dann würde ich sagen, bin ich erstmal wieder zufriedengestellt Da lag gerade noch ein Item Okay Gegenstand kaufen So, jetzt habe ich aber erstmal genug Pfeile, würde ich sagen Wie viel habe ich jetzt? 595 Das ist in Ordnung Drei Lebenssteine Stimmt, ich wollte nur noch Lebenssteine kaufen So, ab zum Lagerfeuer Wir haben noch eine gute Viertelstunde Zeit Er ist nicht mehr hier Alles klar Von hinten greift mich jetzt auch keiner an Ob wir jetzt einfach nur noch vorsichtig vorgehen Und das Drangleic-Schwert wieder ausrüsten Wie gesagt, das finde ich hier irgendwie angenehmer Zu verwenden Auch da steht er Übersehen Das Gute bei der Waffe ist halt einfach Aber wie soll ich das sagen? Die holt schneller aus Ich kann schneller den Schaden ausführen Ich hoffe, dass jetzt hier nicht schon wieder irgendjemand auf mich lauert Auflauert Wie auch immer Na, komm her Okay Dann halt nicht Schön vorsichtig sein Keiner Verbündeter wird benötigt Alles klar So, ich werde jetzt trotzdem nochmal auf die helle Bade wechseln Okay Okay Okay, das ist nicht cool. Mit Pinwheels. Oh man. Nein. Nein. Okay. Was ist das für ein komischer Bossfight, Leute? Einfach so viele Gegner wie möglich umhauen oder gibt es hier einen bestimmten, der hier zuerst sagen hat. Was ist das für ein komischer Bossfight, Leute? Und das war's jetzt? Der Anfang war ja gefährlich, aber... Ich beschwere mich nicht. Ich habe einen Bossfight im ersten Anlauf geschafft. Ist hier noch irgendetwas? Natürlich nicht. Okay, hier geht's raus. Boah, dieser Wasserfallgedönsel, das nervt ja so hart. Gut gemacht. Ist hier noch irgendwas? Wieder 18.000 Seelen? Ha, dann könnte ich eigentlich schon mal Level machen gehen, oder? Und es war eine gute Idee, die Waffe jetzt auszurüsten. Ich mag ja beide Waffen sehr gerne. Sowohl das Drangleic-Schwert-Fort als auch die helle Bade hier. Da sitzt jemand. Da ist ein Leuchtfeuer. Wir sind im Erntetal angekommen. Kann man machen. Ja. Okay. 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 Was hast du denn im Angebot? Nichts. Alles klar. Schützenposition. Ja, das sehe ich tatsächlich. Ach komm schon. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen verarscht hier, aber gut. So, haben wir. Aber die geben ja gar nichts an den Seelen so wirklich. Oh Gott, ne, lohnt sich doch gar nicht hier ein Schützenpuss. Also, nee. Jetzt habe ich hier noch irgendwelche Seelen, die ich ploppen kann. Ja, machen wir das nochmal flott. Dann gehen wir zurück nochmal nach Majula und machen noch ein Level ab. Aber wenn das denn klappt, und für die restlichen Seelen, die ich dann noch übrig haben sollte, werde ich mir Steinchen holen. Also, Lebenssteine. Meine ich mit Steinchen. Ja. 16.000 Seelen brauche ich pro Level ab, nicht 20.000. Wie komme ich auf 20.000? Aber ist auch egal. 16.000 Neulebensteine. Okay. Aber das hat nichts Besonderes zu erzählen. Ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt am besten weitergeht. Das hier ist auch relativ fies. Du kommst hier raus. Du hast direkt schon mal angegiftet. Naja. Gibt es Schlimmeres? Okay, ich hab gedacht, der steht jetzt auf irgendwie. Hurra für Felsbock und kurz gesagt Trost. Wow. Dankeschön. Das ist aber nett von dir. Okay. Hier liegen sau viele Items. Ich muss hier wirklich aufpassen. Ich hab keinen Bock. Ich weiß, es ist eine feige Taktik. Aber es ist eine Taktik. Okay. Und hier hoch. Schnell, 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 schnell. Boah. Was? 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 Nein, nicht vergiften. Ich hab das Skelett angelaufen. Ich will gegen den kämpfen, aber ich hab Angst. Ja, komm. Okay. Schnell. Hat geklappt. Uff. So, Leute. Mit diesem Sieg über diesen komischen Gegner hier beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abonema oder... Ey, wir haben immerhin ein Bossfight geschafft. Beim ersten Mal. Also, ist doch ein Like und ein Abo wert, oder? Und ich muss aufhören mit diesem Gesicht fratzen. Aber ich kann irgendwie nicht anders, wenn ich in die Kamera gucke. Es ist immer noch sehr, sehr ungewohnt für mich. Und das nach all der Zeit. Und, ähm, egal. Wenn ich mich beim nächsten Mal wieder unterhalten darf, dann seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Mach's gut, Freunde. Ciao.